Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Heute präsentieren wir euch den Scheibelsee, genauer gesagt den großen Scheibelsee in der Steiermark. Der Scheibelsee ist ein Bergsee auf ca. 1740 Meter Seehöhe. Er ist über eine Mautstraße gut erreichbar und man muss dann nur mehr ca. 1 Kilometer gehen. Und es gibt sehr viele schöne Fische in diesem See, aber seht selbst. Nach einem kurzen Fußmarsch kommt man am Scheibelsee an. Der Scheibelsee liegt direkt am Fuß des Bösensteins mit 2448 Meter Seehöhe. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs gab es im großen Scheibelsee wirklich viele schöne Saiblinge und Pfarreien. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs gab es im großen Scheibelsee wirklich viele schöne Saiblinge und Pfarreien. Um Bein des Bösensteins per Irina und Pfarreien im Wien. Dieser Besuchs ist ein, warum dieser Sera beinhaltet, muss man sich hervorumachen und Pfarreien an. Und es gibt einen Daumen an. Geräusche, Pfarreien, Pfarreien, Pfarreien und Pfarreien. Und es gibt einen Daumen an, dass sie mit vier Minuten dauern, und es gibt einen Daumen. Auf der einen Daumen hochgeladen geht. Ab dem D skillen Center auf der Anflation. Ab dem D skillen, der D cellen kannst du dich auf die Kölne von Bösen wachstern. Im Kölne mit Köderien ist ein D cellen, der D cellen und das D cellen sind. Und zum Zeitpunkt unseres stecken. Bis zum nächsten Mal. Rund um den Scheibelsee führt ein Weg, den sehen wir uns jetzt genauer an. Am Scheibelsee gibt es auch ein Boot, das ist aber nur für Vereinsmitglieder von Fischereifreien Hohentauern. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.